Hallo und herzlich willkommen bei Naturpilze. Unsere Vitalpilze können Sie als Ergänzung zum täglichen Futter Ihres Haustieres verwenden und so Ihrem Tier zu mehr Vitalität verhelfen. Ebenso unterstützen die wertvollen Inhaltsstoffe ein dauerhaft gesundes Leben Ihres Vierbeiners. Unsere Vitalpilzpulver unterstützen beispielsweise bei Durchfall, Erbrechen, Juckreiz, Arthrose und Erschöpfung. Eine Dose des Vitalpilzpulvers reicht bis zu zwei Monaten. Besuchen Sie naturpilze.de, um mehr zu erfahren. Wir freuen uns auf Sie!